Ein Applaus für dich, Maike Conway. Komm zu mir. Und wir haben auch den P.O.D. da, den Kameramann Tobias Tempel für deine Groß... Ja? Habt ihr noch? Ich glaube, der Kater ist auch gekommen, der Hauke. Bist du noch gekommen? Hauke von Stiedenkron. Genau, Bildgestaltung, Tobias Tempel und wir machen es jetzt so, ich gehe an die Seite, kommt noch in die Mitte und ein bisschen nach vorne, bitte. Kommt zu mir ein bisschen nach vorne an die Mitte, dann seid ihr nicht so an der... Wir sagen immer dasselbe, gell? Man geht automatisch hin, ich auch, aber jetzt, ich hole euch dann immer nach vorne, genau. Ja, wunderbar, schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich frage mich natürlich sechs, also ganz am Anfang kommt ja sechs Jahre zuvor, Entstehungsprozess, bin ich natürlich jetzt neugierig, wie der war. Genau, also ich habe 2016 gedacht, was möchte ich am allerliebsten machen, einen Tanz, großen Tanz, Kinofilm und so lange hat es gedauert. Nein, ich habe dann angefangen zu recherchieren, habe die Crews kennengelernt und konnte dann aber nochmal drei Teile fürs ZDF online machen. Und die haben gesagt, es ist richtig cool, es sind ja tolle Geschichten, versuch es nochmal mit 90 Minuten und dann haben wir eine FFF-Förderung bekommen und dann konnten wir es aus dem ganzen Footage und neu gedreht über die ganzen Jahre dann eben doch noch meinen Traum realisieren. Und das Breaken war von Anfang an quasi der Tanz, den du wolltest? Achso, ja, 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 also ich wollte Tanzen auf jeden Fall machen, habe angefangen auch in der Hip-Hop zu recherchieren, da waren so ganz berühmte Hip-Hopper, die sind bei einem Battle aufgetreten und dann eigentlich das Crew-Battle. Also mich hat am meisten dieses Crew-Battle faszinierend, weil die mit so viel Energie, wenn man das sieht, das ist toll. Genau, also am Anfang war die Idee, mehrere Crews battlen bei einem Battle dann gegeneinander, aber das war unrealistisch. Okay. Und dann ist es das geworden dann mit den Crews, aber auf jeden Fall, das war mir wichtig. Genau, das ist ja auch für beide extrem wichtig für die ProtagonistInnen, gerade jetzt so zum Schluss nochmal den Kreis zu schließen sozusagen. Man hat jetzt die ganze Zeit sie sehr individuell beobachtet und dann am Ende wieder so die Essenz ist, wir wollen in der Crew sein und das ist eigentlich das. Und dazwischen war noch Corona, das hat natürlich auch nochmal alles ausgebremst, auch gerade Crew-Battles oder so sind dann nochmal geschrumpft, wenn man sich mehr auf den Einzel-Battles fokussiert. Und die ProtagonistInnen, waren die dann relativ schnell klar oder gab es mehrere oder wie? Also ich hatte mehrere Crews recherchiert, aber ziemlich schnell waren bei den Sexens klar und wir wollten diesen drei Teile auch dann über die Sexens machen und Joanna ist das einzige. Also der Dreiteiler ist noch über mehrere und sie ist dann aber dadurch, dass sie in den Bundeskader wollte und mit dem Psychologiestudium, mit ihrer Geschichte und dann haben wir sie weiter begleitet und bei den Senkhofern war sie, hat eigentlich ziemlich schnell mein Favorit. Ist auch natürlich ein Heimspiel natürlich, ist das toll. Aber die sind alle toll. Die sind alle toll, ja klar. Ich möchte gleich öffnen fürs Publikum, ich muss mir so einen Schatten machen. Ja, man sieht eigentlich nichts in der Mitte. Genau, aber wir kriegen es hin. Ah, da kommt das Licht. Ja, erste Frage, wunderbar. Hier, da kommt das Mikro. Erstmal richtig krasse Arbeit, was es richtig schön gewesen ist anzuschauen, weil wir kommen auch aus der Tanzszene und da wollte ich fragen, könntest du dir vorstellen, noch weiter in dieser Materie zu sein und weitere Filme über das Tanzen zu veröffentlichen? Ja, ihr müsst mehr ins Kino gehen, ihr müsst einfach mehr, es ist so schwer. Ich höre seit Jahren, seit ich 30 bin, dass ich die Zielgruppe nicht erreiche, dass die Leute, die jungen Leute auch nicht ins Kino gehen und sie schauen auch nicht mehr fern. Also es ist wirklich schwer, euch zu erreichen und als nächstes, ich würde wahnsinnig gerne einen Hip-Hop-Film machen mit Crews, ja. Ja, aber ich habe noch kein Geld. Vielleicht ist jemand da, der Geld hat. Aber es macht mega Spaß und es ist so viel Energie und ich verstehe es immer nicht, warum das so schwierig ist. Deutschland ist nicht so das Tanzland. Ja, aber ich meinte jetzt vor allem große Leinwand, weil du noch gesagt hast, die jungen Leute, wie kriegt man die ins Kino? Das kriegt man durch Events natürlich, so wie das jetzt am Freitag gelaufen ist. Aber vielleicht merkt ihr ja selber den Unterschied, die große Leinwand und die Bildgestaltung mit dem Tempo. Ja, jetzt hast du gleich zwei Mikros. Genau, da kannst du vielleicht kurz noch was sagen, Tobias. Also ich meine, total nah dran, dann diese ganze Dynamik und das Tempo. Und gut aussehende Leute. Ja, mein Gott, man merkt das. Du hast ein Fan auch, oder? Ja, ja. Also Zaid, also Zaid, habe ich natürlich geliebt. Das war ganz toll mit ihm da irgendwie sich zu bewegen und der sieht einfach immer filmisch aus. Und irgendwie hat er auch so ein Ding, sich dahin zu setzen, wo es gut ist. Also diese Meditationsszene, die am Anfang und am Ende dann nochmal kommt irgendwie. Also ich habe den da nicht hingesetzt. Der setzt sich da irgendwie hin und ich entdecke es halt, dass er da sitzt. Das sprechen wir auch nicht ab. Und das war schon sehr dankbar. Und ich meine, ja klar sind halt gute Orte, dieses Undergroundige, das man irgendwie immer spürt und sehen will. Das ist schön. Sieht man dem Film an, ja. Das ist echt super. Mich hat das sehr begeistert. Fragen bitte hier vorne. Zwei Hände. Ja, ich wollte gerne fragen. Relativ am Ende ist ja das, also da ist doch der Serhat, das ist die Staatsoper hier in München. Ja. Ist er da Teil von, ist das eine Inszenierung, wo er dann auch tanzt oder was war das für eine Oper? Also die wurden da bei der Oper gebucht und es ist ein Stück gewesen, die werden ab und zu, also die leben oft von Theatern und Events und so. Genau. Das wäre nämlich auch meine weitere Frage, weil er will ja vom Tanzen leben. Also schafft er das? Also wie lebt er vom Tanzen? Er lebt im Moment vom Tanzen. Also sowohl unterrichten als auch, dass man, ich muss, sonst sehe ich dich nicht. Ich muss die Hand da so hinhalten. Aber es ist schwer. Sie sind unheimlich genügsam. Also die geben wahnsinnig wenig Geld aus. Ich habe da aus dem Gurkenglas Wasser bekommen. Also die sind echt total minimiert, was sehr schön ist zu sehen. Also so, aber sie haben auch wirklich wenig Geld. Und sie haben halt null Sicherheit. Also du siehst, das Schlimmste finde ich gar nicht so dieses, dass wenn du immer gesund wärst, dann kann man ja mit wenig und das machen. Aber dieses, dieses Verletzung macht, also die macht mich fertig. Also das ist auch bei dem ganzen Dreh. Gehst du zu einem Battle, verletzt du dich vorher, verletzt du dich beim Battle? Jetzt ist letztes, jetzt dieses Jahr hat sich gerade wieder beim BC One verletzt. Also das ist das Schlimmste. Ja, ich habe eine Frage zu dem, man merkt ja, dass die sich diese, dass sie gefilmt werden etc. ziemlich bewusst sind. Ich vermute auch, dass die so diese Marketing, dass so diese Skater-Szene, habe ich so eine Vorstellung, dass die wissen, wie sie funktionieren vor der Kamera und so weiter. Wie hast du das irgendwie aufgebrochen oder wie bist du damit umgegangen? Also man sieht manchmal so, ja gerade hat er noch gelacht, jetzt merkt er, die Kamera kommt rein, dann wird er wieder ein Ernster. Und wie du sagst, er weiß schon, wo er sich hinsetzt und so. Da habe ich das Gefühl, die sind halt wahnsinnig medienkompetent. Wie hast du das aufgebrochen, dass die, dass dann mal ab und zu, du hast ja auch viele ganz normale Szenen gehabt. Also ich finde es eigentlich schön, dass schöne Leute und ich glaube, Tänzer, die wollen sich zeigen. Also das ist einfach eigentlich ja was Schönes. Und ich finde bei seinem Gesicht, das ist so spannend immer, finde ich, wenn er so ernst guckt und wenn er dann lacht. Also der ist ja echt so total unterschiedlich, also so zwei Welten. Man redet einfach, man ist einfach zusammen. Die Zeit ist natürlich immer der Faktor einfach beim Dokumentarfilm. Das ist halt der Unterschied zum Fernsehstück, dass man halt einfach in der Summe halt echt viel Zeit miteinander verbracht hat. Also ich meine, wir sind jetzt keine Freunde oder so. Also wir sind ja schon immer da und drehen, wenn wir da sind. Aber wir sind einfach so akzeptiert und die sehen halt auch, die respektieren das halt auch, dass die Arbeit, die wir reinstecken, denken die ja gut, dann geben wir denen halt auch das zurück, dass wir das irgendwie normal verhalten und halt irgendwie uns zeigen halt. Ja und wir lieben halt, also ich liebe halt auch Tanzen. Das merken die natürlich auch. Aber trotzdem sind die dann nicht manchmal in so einem Tunnel. Man kennt doch auch sonst so diese YouTube, diese kurzen Clips etc. Das sind ja auch nicht, das filmen die ja nicht irgendwie nur 20 Sekunden lang, sondern die sind den ganzen Tag dabei und dann gibt es 20 Sekunden da draus. Das heißt, sie sind in so einem Blick, wir müssen jetzt den perfekten Move und die perfekte Perspektive hinkriegen. Sind die dann nicht selber in so einem Tunnel drin? Ich glaube dadurch, dass sie sich so viel filmen, sind sie eigentlich vielleicht entspannter. Also wenn ich gefilmt werde, bin ich viel kritischer und dadurch, dass die sich ja ständig filmen, ist das vielleicht schon wieder Normalität. Vielleicht. Also bei der Phenia war es, finde ich, am krassesten, weil die sich dauernd selber fehlen. Dann filmen die Sexons. Als wir den ersten Drehtag mit Phenia hatten, die hat den Tobi überhaupt nicht wahrgenommen. Das war ihr total egal, dass da noch jemand filmt. Die weiß schon, dass die Kameras da sind. Also die erste Szene, wo die Phenia, die ist einfach total wie immer gewesen. Also das kann auch helfen. Eine Frage, wir haben ja 24 jetzt. Sind die jetzt im olympischen Kader? Werden die da jetzt nicht auch medizinisch betreut? Und gibt es da nicht jetzt ein Team, das sich um die kümmert? Doch. Also die haben da eine Physiotherapie, aber es ist halt im Verhältnis jetzt zu Balletttänzern oder zu anderen Sportlern noch sehr, sehr reduziert, die ganze Hilfe. Und die haben es jetzt, also Deutsche kommen nicht Olympia, also eine vielleicht, ein Mädchen hat noch Chance, die Gilou. Und die kriegen dann natürlich, wenn die jetzt, die sind schon unter den Top 40 ist sie und die kriegt, die hat einen Bodytrainer unten, alles, die hat dann alles. Aber eigentlich die ganze, von den Straßen, die ganzen Tänzer oder so müssen sich schon sehr um sich selber kümmern. Aber sie haben, also können in eine Physiotherapie gehen. Aber die Verletzung, das Schlimme ist ja, du musst ja immer neue Moves machen, weil sonst bleibst du ja immer gleich. Und wenn du neue Move machst, verletzt du dich ja dann oft. Und dann hast du die Palettes, dann fängst du wieder da an und dann musst du wieder, also es ist auch so immer, wie viel wage ich und so. Also ich finde es mega schwierig. Ich glaube, er kriegt 200 Euro im Monat oder sowas? Ja, ein bisschen für den Bundeskader. Er hat sich gefreut, dass das Fitnessstudio damit bezahlt ist. Okay, wow. Aber manchmal müssen ja auch die Züge zu den Battles selber zahlen und also sie haben echt nicht viel Geld. Es ist halt dann doch irgendwie noch underground auch irgendwie, ne? Ja, 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 ja. Ja, magst du vielleicht noch was zur Montage sagen? War toll. War toll, hat Spaß gemacht. Hast du viel Material gehabt? Viel Material, viel Bewegung und alle Musik musste neu sein. Alle Musik musste neu sein. Die ganze Tanzmusik ist nicht die, worauf die tanzen. Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Also die Originalmusik bei den Battles zum Beispiel, die durften wir nicht benutzen. Und wir durften auch nicht irgendeinen coolen Hip-Hop-Track benutzen, der gerade in den Charts war, sondern mussten uns halt sehr reduzieren und das hat es ein bisschen erschwert. Okay. Auch beim Probetraining eigentlich immer. Also da läuft ja immer Musik und da, wo bei uns zum Beispiel teilweise keine Musik läuft, da läuft eigentlich auch Musik. Musik, okay. Das war dann eine Mischung. Ja, also das ist... Ein Mikro, ja. Ihr müsst das euch teilen. Genau. Ich wollte noch zum Soundtrack. Der ist ja auch ganz großartig. Da haben wir auch so die Army Warning als lokale Größe und was wir noch gesehen... Jammeran, The Virgin Fisherman und Battle of the Year Soundtrack. Das habe ich dann auch irgendwann, als es dann hieß, juhu, ich kann 90 machen, aber du hast kein Geld. Juhu. Und ein Lied kostet 5000 Euro irgendwie jetzt so, wenn ich ein amerikanisches Lied, eine Minute. Und dann hat es aber, bin ich jetzt im Nachhinein total happy, weil ich dann eben lokale Größen genommen, also... Passt super. ...wann die voll cool. Und die haben jetzt nicht für uns komponiert, sondern die haben mir ihr Archiv zur Verfügung gestellt. Und das war dann eben auch toll vom Hauke. Das war dann halt die Schwierigkeit. Also war auf der einen Seite die Schwierigkeit und auf der anderen Seite war es echt schön, weil es total gut funktioniert hat. Dass das dann passt. Die Maike kam mit den drei Bands an und diesen zwei Soundtracks, die vor allem für die Battle-Musiken da waren. Und das ist sich viel besser ausgegangen, als wir am Anfang gedacht hatten. Weil es ja eigentlich Reggae-Musik ist. Genau, das eine ist Reggae, das andere ist eher so ein Soul. Dann haben wir so ein bisschen so ein Slow-Hip-Hop. Also alles nicht unbedingt Breaking-Musik. Und trotzdem war das dann ein guter Gegenpol zu den Battle-Musiken. Da hast du echt was gezaubert, finde ich. Also der Soundtrack ist großartig. Ja. Ich habe eine Frage an den Hauke, genau. Und zwar gab es bei diesem ganzen Schnittprozess ein Aha-Erlebnis, ein dramaturgisches. Also weil du musstest da Material von sieben Jahren zusammenbringen. Und irgendwie sucht man ja da so nach dem Schlüssel. Und gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt weiß ich, wie es geht? Sag nichts Falsches. Also ich glaube, es gab mehrere. Also es ist ja in so Etappen entstanden. Also wir haben 2017 irgendwie den ersten Trailer für die Förderung geschnitten. Dann war eine Pause, weil keine Förderung kam. Dann haben wir plötzlich Geld vom ZDF gehabt, durften diesen Dreiteiler machen für 37 Grad online. Da haben wir uns schon wahnsinnig tief auseinandergesetzt mit dem Material. Das hat total viel Spaß gemacht. Also da hatten wir viel Spaß, weil wir echt voll frei waren und auch ganz viel machen durften. Da hatten wir nicht ganz so großes Musikproblem, weil es eben Fernsehen war. Deswegen durften wir uns freier bedienen an dem, was wir wollten. Und danach kamen noch andere Filme. Und jetzt bei dem Kinofilm, wir hatten so eine Post-its-Wand. Und die Post-its sind immer von rechts nach links, also wo dann die einzelnen Szenen draufgeschrieben waren. Und sind von rechts nach links. Und an so zwei, drei Stellen sind wir oft gehangen. Und dann hatten wir ein Kino-Screening im Monopol, wo wir, ich weiß nicht, zwei Wochen vor Schluss nochmal gescreent haben. Der Stefan ist da. Hallo Stefan, danke Stefan. Und der Stefan hat ein paar intelligente Sachen gesagt und auf einmal waren Sachen möglich, die seit sechs Wochen oder acht Wochen nicht möglich waren. Das war vielleicht so ein Aha-Moment, wo zum Schluss einfach nochmal ganz viel die Bausteine an ihren Platz gefallen sind. Also man arbeitet ja immer in Szenen und dann kriegen die neue Bedeutungen und dann rutschen die weiter und dann müssen sie eine andere Bedeutung haben. Und da ist es nochmal viel sortiert geworden. Feedback, gutes Feedback war so da vielleicht ein Schlüssel. Das war auf jeden Fall ein Schlüssel, ja. Also bei dem Film auf jeden Fall. Da kommt nochmal eine Frage hier. Oder wo sind wir jetzt? Ich sehe es gerade nicht. Ah, da. Ich hätte eine kurze Frage an den Hauke oder auch an den Tobias, nein, länger an den Maike. Der Ton. Habt ihr dann während den Drehs noch der Tonmann Atmos aufgenommen, damit ihr die verwenden konntet? Wurden die, haben die für euch bestimmte Moves getanzt, bestimmte Schritte? Weil es kamen ja schon Momente vor, wo man es gehört hat, obwohl die Originalmusik nicht da war. Wie habt ihr das gemacht? Das ist der eine kurze und... Also Atmos brauchte, also wir hatten einen Tonmann immer dabei, wir waren immer eigentlich so ein Drei-Mann-Team, Frau-Team. Und der konnte ja keine Atmos aufnehmen, weil da immer Musik läuft. Genau, ja. Also wir mussten es alles quasi nachvertonen. Und was war die zweite Frage? Achso, ob die Moves gemacht haben für uns? Genau. Eigentlich kaum. Ob er praktisch dann ohne Musik praktisch nochmal die Moves gemacht hat, um eine Art... Ah, nee, 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 nee. Nachvertonen. Nein. Und an die Maike war der längere, also was mich wahnsinnig erstaunt hat an dem Film, was toll gemacht hat, dass die beiden Hauptprotagonisten stark geworden sind durch die Nebenprotagonisten, also durch die Mutter, durch den Partner, durch alles, wann das in dem Film kam. Also zu welchem Moment praktisch dieser Moment kam, dass man sagt, man geht noch tiefer in diesen Hintergrund rein, mit den zwei Personen. Oder hattest du das von vornherein schon vor? Ich habe nicht alles verstanden, meine Ohren sind schlecht. Also genau, also... Ob war die Mutter? Ja, weil das ja quasi dann nochmal zwei, also die Personen drumherum nochmal so einen starken Input dann haben und ob das von Anfang an da war oder ob das... Okay, okay. Also bei den Sexens waren wir eben länger dabei und die Fäne habe ich schon immer rumhupfen sehen. Ich wollte unbedingt mit Finger drehen. Also das war toll und ich wusste das auch immer, ich wusste nie, wie sie das erzählen. Aber der Rossi war total offen und die gehen da total offen mit um und das war eigentlich ziemlich schnell dann da und das ist eben auch schon im ZDF gewesen. Der Serhat kam ja dann nochmal, also am Anfang dazu und dann später und wie weit man dann die Mutter, also dass die so süß war, das wussten wir, wir sind hingelaufen, ein Drehtag. Und die kamen wir nicht, also weil man immer sagt, Zeit haben. Wir sind reingekommen, sie hat sich hingesetzt und die beiden haben geweint. Also wir so, halt, lasst uns die Kamera anmachen noch. Also die waren einfach, die Mutter ist einfach Geschenk. Ja, ich hätte jetzt nochmal nachgefragt nach der, wie baut man Nähe auf, aber das war dann einfach da. Okay. Also da waren wir einen halben Drehtag. Wahnsinn. Also haben die nie vorher gesehen. Glück. Meine Frage hat sich erledigt mit dem Sound. Also die Atmo ist nicht original, genau, sondern hinterher nochmal von woanders hergenommen, von woanders? Geräuscharchive. Atmos. Also wir haben dann schon ab und zu, also was wir manchmal gemacht haben, nee, was ich gemacht, also was wir gemacht haben bei Battles, wenn die Musik aus war, haben wir ganz schnell Rekord gemacht für die Stimmen und dass die Klatscher, also wir hatten schon manche Sachen schon dazwischen aufnehmen können, aber es war nicht oft Musik aus, also ganz kurze Schnipsel. Weitere Anmerkungen, Fragen, jetzt sind sie alle da, jetzt kann man fragen. Nee, ich will bloß jetzt nochmal fragen, was ihr, Maika, ob du eine Vorstellung hast, jetzt wie du den Film weiterkriegst. willst du den, weil der Kürt, eigentlich ist der Film ja schon, ich finde den ziemlich bedeutend, also so in seiner Grundaussage hat er, ist er wahnsinnig positiv und ist Tanz und hat Energie und so weiter und ja, es ist halt, wie wir vorhin schon am Anfang gesagt haben, so wahnsinnig schwierig, Publikum zu erreichen, aber irgendwie hast du da eine Idee? Ich meine, ich finde es echt schade, wenn der das handelt. Ja, also wir haben schon, also wir haben einen guten Verleih, den Szene globalen, der hängt sich auch wirklich rein, also was wir auf jeden Fall machen, ist in Sachsen eben auch nochmal so Events. Also ich glaube, dass du, weil am Freitag liefst du ja mega, also am Freitag war echt das deutsche Theater unten, das ganze Parkett voll, die waren alle da und dasselbe versuchen wir halt auch in Sachsen zu machen, also wenn du es koppelst an irgendwas, ja, dann kann man das versuchen, das versuchen wir. Und wir versuchen auch Kinder, Spatz, also beim Festival und so, ob dann Schulklassen und so, aber es ist im Sommer, wenn wir ins Kino gehen und so, wann ist der Kino? Daniel würde jetzt sagen, 20. Juni, 80 Kinos in Deutschland. Genau. Er ist der Verleiher. Genau. Und wir machen sehr viel über Instagram, also die Protagonisten machen sehr viel selber auf Instagram, um die Community authentisch zu erreichen, machen sie beide sehr viel und sehr gut, darum war das auch am Freitag voll, also es war echt richtig schön und vielleicht klappt es ja einfach weiter. Vielleicht Schulkino-Wochen, wer weiß. Genau. Kann noch eine Reise machen, seid ihr noch international irgendwie? Aber nicht. Schade, weil das ist jetzt gerade mit Breaking Olympia, das wäre natürlich großartig, aber vielleicht, genau, gibt es ja noch einen Schub, ich wünsche ihn euch auf jeden Fall. Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Danke, dass wir da sein konnten. Und ja, dann glaube ich, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, wir schließen und ich muss natürlich noch Hinweise loswerden, ist klar, beim DocFest immer am Ende die Hinweise. Also, der Film läuft nämlich nochmal und zwar am Samstag, den 11.05. um 20.30 Uhr in der Passinger Fabrik, vielleicht sind ja da auch wirklich nochmal jüngere Menschen da. Genau, wir freuen uns natürlich, wenn Sie den Film nochmal weiter empfehlen. Genau, und noch der Hinweis auf die digitale Leinwarnzeit heute. Wir haben fast alle Filme in unserem Online-Programm, also kann man auch online sehen. Und jetzt nochmal der Hinweis für den Publikumspreis. Da kommt jetzt endlich die Kiste, die vorher nicht da war, genau. Also bitte da einschmeißen. Mein Kollege steht an der Tür und erwartet Ihre Tickets. Vielen Dank, schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke. Danke. Vielen Dank.